so jetzt gehen wir doch mal lang was der hier braucht stahl zahnräder rote das habe ich hier wirklich noch nicht in produktion doch hier das sind halt die roten der elementierende faktor ist vollkommen okay so die roten das fluggestell flugrobotergestell das brauchen wir das braucht die elektron elektromotoreinheiten und die brauchen die schmiermittel die brauchen die also mache ich hier schon mal die hier hin so und sage hier stahl sage hier zahnräder und sage hier rohre baue ich noch keine rohre scheinbar nein das heißt auch das werde ich jetzt hier in angriff nehmen die hör mal die hör mal die so 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 nase sorry leute so 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 Vielen Dank. 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 So. So. Schmiermittel scheint aber auch erst mal genug da zu sein. Ein paar Lampen. Schöpfen kann. Hey, die Mauern werden, die Mauern werden. Das ist so normal. Wie lange das jetzt gedauert hat. Beliefert mich mal. Alles, was ich brauche. liefert mich. 6, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Oh, mal wieder 19 Angriffe hier, holla die Waldfee, aber wie man sieht, das macht überhaupt nichts mehr. Zack, einmal das aus, einmal das und ich stelle schon mal den Bezug bereit, dass wenn ich dann hier unten das nächste Gleis gebaut habe, der auch sofort losfahren kann, weil Batterien sind das Letzte, was ich noch für die Drohnen brauche. Wenn die Drohnen dann fertig sind, im Prinzip kann ich dann die wirklichen Gmbs anfangen auch zu bauen. Okay. 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 So, jetzt steige ich gleich ein, ehe ich dann wieder blöderweise nicht mitfahre. So, Schwefelsäure aus, wenn voll. So, jetzt muss ich diesen Part hier, am besten diesen hier so. Einmal so hinsetzen. Ich möchte auch den Wald hier in Sichtweite eigentlich weg haben. Wo hin bringst du das? Ach, da rein. Okay. Okay. Soll er machen? Ist okay. Schwefelsäure. Da müssen wir nämlich die noch. Schwefel. Alkan. 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 Alkan ist das Problem. Warum ist denn Alkan das Problem? Auf jeden Fall mal das weg. Die beiden. Das heißt auch noch das weg, das weg. Okay. So. Mehr und mehr und mehr Verbrauch. Wenn man hier Schwefel noch für Schmiermittel drauf geht, weil er erstmal wieder den Puffer hier vollhauen muss. Das ist alles jetzt so, diese Umstellungsphasen sind halt immer heftig. Weil man eigentlich das doppelt beansprucht. Da auch die Plaste dementsprechend natürlich wahnsinnig gerade weggefressen wird. Die ganzen Kisten hier, das ist halt. dramas觀眾, auf jeden Fall! Oh. Selbst hier ist ja Plasten nicht so voll, dass hier ein Zug steht. Schwefel, das ist halt der Zug, der einmal ankam. Oh, kommt er nochmal an? Okay. Wie gesagt, das ist jetzt Pufferauffüllung. Mehr ist es nicht.